Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Windows 11 gibt es ja nun schon eine Weile und so langsam findet ja auch nun auf jedem PC das Upgrade auf Windows 11 statt. Perspektivisch bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig. Nun gibt es aber auch inzwischen viele virtuelle Maschinen unter Hyper-V, auf denen Windows 10 läuft und es stellt sich nun die Frage, auf welche Art und Weise man am besten auf Windows 11 upgradet. Obwohl virtuelle Maschinen ja nun keine tatsächlich existierende Hardware haben, sondern die Hardware wird nur simuliert, stellt eben Windows 11 auch an diese simulierte Hardware bestimmte Anforderungen, die natürlich durch entsprechende Konfiguration erfüllt sein müssen. Was man da beachten muss, das zeige ich Ihnen in diesem kurzen Video. Wir befinden uns hier auf meinem Hyper-V Host. Dabei ist es unerheblich, ob der Hyper-V von einer Windows Pro Version, also 10 oder 11, oder von einem Windows Server gehostet wird. Das ist hier also egal und wir schauen mal in den Hyper-V Manager hinein. Hier in dem Hyper-V Manager sehen Sie zum Beispiel hier, da ist meine DemoVM. Das ist eine virtuelle Maschine, auf der Windows 10 läuft. Ganz wichtig als erstes, sonst brauchen wir gar nicht weitermachen, müssen wir prüfen, welche Generation diese Maschine ist. Wer sich mit Hyper-V ein bisschen befasst hat, der weiß, man kann, wenn man einen virtuellen Computer unter Hyper-V anlegt, kann man auswählen, ob das eine Maschine der Generation 1 oder eine Maschine der Generation 2 sein soll. Wichtig ist, das Upgrade auf Windows 11 gelingt nur, wenn es eine Maschine der Generation 2 ist. Deswegen kann man das überprüfen. Sie klicken einfach Ihre virtuelle Maschine im Hyper-V Manager an und schauen mal hier unten in diesen Bereich hinein. Da sehen Sie Daten zu dieser VM und da sehen Sie hier Generation 2. Wenn das Generation 1 ist, dann ist ein Upgrade nicht möglich. Sie können diese Maschine auch nicht wandeln. Sie können also auch nicht von Generation 1 zu Generation 2 konvertieren oder so. Das geht nicht. Das heißt, da bleibt dann wirklich nur eine Neuinstallation. Wenn es Generation 2 ist, dann kann man natürlich erst mal weitermachen. Dann geht man als nächstes mal in die virtuellen Maschine rein und lässt mal ein Testprogramm laufen, um zu prüfen, ob die momentane Konfiguration die Bedingung für ein Upgrade auf Windows 11 bereits erfüllt. Da gehen wir mal rein in die VM. Hier sehen wir das. Und da gibt es ein Programm. Das heißt PC-Integrationstest. Das rufe ich mal auf. Das ist bei mir bereits installiert. Oder PC-Integrationsprüfung. Hier sehen wir das. Das starte ich mal. Und hier kann ich jetzt sagen, ich mache mal eine Überprüfung. Ich sage, ich möchte alle Ergebnisse sehen. So, und jetzt sehe ich hier, was hier alles nicht stimmt. Das heißt also, in meinem Fall muss ich hier TPM 2.0 installieren oder beziehungsweise aktivieren. Ansonsten ist es nicht möglich, Windows 11 zu installieren. Das mache ich wiederum in den VM-Einstellungen. Dazu muss ich diese VM herunterfahren. Deshalb mache ich die hier mal zu und sage hier herunterfahren. So, die Maschine ist heruntergefahren. Mit einem Rechtsklick gehe ich hier auf Einstellungen und finde hier den Bereich Sicherheit. So, und hier ist es ganz wichtig, ich muss auch den sicheren Start aktivieren, obwohl das jetzt nicht angezeigt war. Ich muss hier den sicheren Start aktivieren und ich muss hier TPM, Trusted Plattform Module, aktivieren. So, jetzt kann ich hier sagen, anwenden. Ich kann OK sagen, starte die Maschine anwenden. Und werde den Integrationstest erneut ausführen. So, hier sind wir wieder in der virtuellen Maschine. Und ich rufe nochmal die PC-Integrationsprüfung auf. Und starte nochmal eine Überprüfung. Ja, und Sie sehen, jetzt ist alles grün. Und jetzt ist die virtuelle Maschine für ein Upgrade auf Windows 11 bereit. Im Idealfall finden Sie dann unter Updates auch schon das Angebot hier auf Windows 11 abzugreiten. Dann klicken Sie nur noch drauf und dann gehen die Dinge ihren Gang. Die PC-Integrationsprüfung ist ein Programm, welches Sie sich natürlich erst downloaden und installieren müssen. Wo Sie das finden, das schreibe ich wieder in eine Konfigurationsdatei, also in eine Datei, in welcher ich Konfigurationshinweise gebe. Die stelle ich wieder als Textdatei zum Download im zugehörigen Blogbeitrag zur Verfügung. Link finden Sie wieder unter dem Video. Und über diesen Link kommen Sie dann auf diese Seite. Das scrollen Sie ganz einfach bis ganz nach unten. Und dann finden Sie hier Up für die PC-Integrationsprüfung herunterladen. Die müssen Sie herunterladen und die können Sie dann auf Ihrer VM, wie bereits gezeigt, ausführen. So, das war's für heute. Viel Spaß beim Ausprobieren. Danke, Tschüss und auf Wiedersehen.